Ich muss mich mit irgendeinem Staat verbinden. Frieden, Frieden mit irgendeinem Staat. Aber die mögen mich nicht. Vielleicht kann ich mich mit Marokko anfreunden, ich weiß ja nicht. Marokko! Ach ne, scheiß drauf. Bauen? Bauer? Ich muss hier die Armee ein bisschen aufstoffen. Oh, ich hab nicht genug Geld. Okay, noch zwei Runden. Das sollte dann für ein paar Parts reichen. Ach ja, stimmt, ich hab hier vergessen. Ach, fuck drauf. Würde man für den Raubzug auch Geld bekommen? Das ist natürlich praktisch. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man Geld bekommt dafür. Ich glaub nicht. Oh, ja. Oh, sieh. Also eigentlich wird es ganz schön spannend. Aber ich bin einfach nur hier völlig lahm und erzähl eigentlich gar nichts. Aber eigentlich ist das eigentlich schon eigentlich, eigentlich, sehr eigentlich. Es ist eigentlich sehr spannend, was sich hier zuträgt. ein Vierfrontenkrieg, Spanien, Westfalen, ähm, Bubiland. Ah, super. Leeroy Jacobs. Och, man, mein General. Was? Ficken? Was für Ficken? Was redet die? Ähm. Och, man, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich bekomm einen Affen. Ich muss mal einen General. Och, man, oh, das gibt's doch gar nicht. Was soll das? Leute. Und, äh, ihr seid shit-ing. Ich bekomm... Ich darf den Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Ich zerreiße West-Württemberg. Krüppelberg. Vernichte ich. Mach ich noch hier einen General. Ähm. Aber was soll ich noch machen? So. Die werden einen Angriff versuchen. Angriff, Angriff, Angriff versuchen. Das seh ich schon jetzt kaum, äh. Haben die einen General dort? Ja. Ja. Okay, ich hoffe mal, die schaffen das. Heroische... Die... Tot. Ne, ich bin gerade irgendwie die ganze Zeit am nachdenken, ob das jetzt eine schlaue Idee war. Deswegen... Stotterich ein bisschen. Ähm. 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 M, 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 M. Ja, ich glaub, das ist eine gute Idee. Die haben ja nur Karvalerie. Was soll denn das Scheiß? Oh man, ich seh schon kaum, ey. Wenn ich jetzt hier den Krieg erkläre und dann die vernichte, dann ist Bayern da und dann macht Bayern sein Breakdance. Und zeigt, äh, sich in... Ich mach das so. Blub. Blub. Und dann, äh, blablabla. Und dann blub. Ach ne, geht nicht. Ja, dann mach ich einfach den Start hier kaputt. Und dann, äh, rekordiere ich so viele Typen. So, noch zwei Runden. Ne, warte, nur noch eine Runde. Also, wenn's so weiter geht's. Gefehlt mir eigentlich, wenn immer die Vereinigten Provinzen hier... Und schließe ich mich mit Preußen an? Preußen? Ne, es geht ja nicht. Ich glaub, die sind ja verbündet. Ich hab irgendwie Hunger. Was würd ich jetzt am liebsten essen? Mal nachdenken. Jetzt, in diesem Moment. Ach ja, stimmt. Ich hab wieder diese Scheiße an mir vergessen. Vergess das immer. Was würd ich am liebsten essen? Jetzt, in diesem Moment. Mir fällt der nicht spontan an. Ein. Ich würde so gern mal, ähm, einen von meinen Call of Duty-Matches zeigen. Die sind richtig... Die sind eigentlich ganz lustig. Ich bin jetzt nicht der Beste. Aber trotzdem, das ist echt... Manchmal... Man denkt sich immer, was soll der Scheiß? Warum gibt es welche Leute? Diese Kolonie hat ihre maximale Expos-Kapazität erreicht. Sie hat allerdings Potenzial... Also nicht... Also das aller... Das aller-epischste... Den aller-epischsten Kill, den ich jemals gemacht habe. Das war... Als ich, ähm... Ähm... Also hier kann man sich vorstellen... Hier, das bin ich. Dieser Typ hier. Und hinter mir, hier... Wo diese schwarze Linie ist... Da war so ein anderer Gegner. Ich hab den abgeknallt. Und auf einmal... Also dieser... Dieses Fort hier... War... Ein anderer Gegner. Der hat auf mich geschossen. Ich hatte keine Munition mehr. Aber... Ich hab einen C4 genau vor seinen Füßen geworfen. Also nicht vor seinen Füßen. Er war ja vorher nicht da. Und ich war eine ganze... Weite... Keine Strecke entfernt. Ich weiß ja nicht. Also der... Der konnte schon... Also da musste man schon mit einem Sniper-Gewehr abknallen. Also man konnte ihn nicht... Gar nicht treffen eigentlich. Mit... Ja... Blablabla. Aber... Ich hab dann C4 gezündet. Und dann ist er gestorben. Und dann ist er so ausgerastet. Hab mich beleidigt. Und ich hab mich so einabgelacht. Das war so geil. Dieser Kill. Das wird interessant. Wir sind meine Team. Und ... Bäm. 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 Geile Sache. Also jetzt mach ich hier mein anderer Armee. Imbar. Imbar Armee. Wo bist du? Ach, da. Naja, dass ich so irgendwo ist, glaube ich jetzt nicht. Aber ich kann hier einen kleinen Trick machen. Der würde mir eigentlich aber so viel kosten. Oh, hoppla. Ne, das wollte ich gar nicht machen. Oh, ruffel, Leute. Hier, das. Das ist ein kleiner Bug, der irgendwie sehr krass ist. Aber vielleicht gewinne ich. Yay, Sieg. Halleluja. Ich habe einen Start eingenommen. Oh man, den mögen ich gar nicht. Das dauert nur eine kurze Zeit und ich bin am Arsch. Aber das Land ist mir da egal. Ich wollte die Eurokise nur ein bisschen schwächen. So. Die muss ich nicht mehr aufladen. Dann schicke ich meine Armee jetzt mal dahin. Ich stoppe die mal ein bisschen auf. Rekrutiere hier ein paar. Oh man, die Einnahmen kosten werden. Hoch. Ich muss hier ein bisschen reparieren. Belästigungshaus. Hihihi. Ist auch am Arsch. Ah ja, ich muss ja noch das hier. Hier machen. Okay, jetzt noch hier die letzte Runde. Mal schauen, was passiert. Ey, Frankreich hat sich ja... Ach ja, wenn ich jetzt... Ja, dann habe ich ja nur Frankreich in Europa vertrieben. Und das war's. Dann muss ich mit Spanien kämpfen. Und mit den anderen blöden Städten. Och man, ich bin so faul. Du fauler Sack, du. Ich habe irgendwie Hunger gehabt. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Wenn man... Hunger hat. Und vor dem Kühlschrank steht. Und alles ist voll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee. winner.